Herzlich Willkommen zu den Nachrichten, meine lieben Freunde, ja. Willkommen zurück! Oh, die erkennen glaube ich, dass wir kein Antroid sind. Äh, dass wir ein Antroid sind. Aber wir waren jetzt auch nicht so super gekleidet, muss ich sagen. Komm, geh raus da. Oh, hallo. Mit seiner VETA-Servicejacke. Jericho? Okay. Nicht zu lang, sonst rückt noch jemand mit drauf. Ah, Fern Day, das war die Haltestelle. Okay, okay. Da hinten ist was. Wir lesen mal kurz Zeitung. Was gab's wieder? Ein Antroid auf der Flucht. Präsidentin Warren auf Staatsbesuch in Großbritannien, ja. Anwohner des Dieter Reuterfonds Camden wurden Zeugen einer Verfolgungsjagd, nachdem eine Polizei fahre mit Straßensperren und Befragung einen Straftäter aus seiner Versteck jagte. Doch dieser Flüchtige ist anders, der Verdächtige ist ein Antroid. Das defekte AX400 Modell leidet wahrscheinlich an einer extrem seltenen Fehlfunktion und tat alles, um sich der Polizei zu entziehen, ersprintete er auf der Flucht sogar über einen befahrenen Highway. Die Augenzeugenberichte sind nicht eindeutig und ohne offiziellen Berichte ist es unmöglich zu sagen, was wirklich geschehen ist. Doch die Reporter gehen dem Fall nach. Und Cyberlife äußert sich natürlich nicht dazu, klar. Und Androiden Astronauten erforschen... Io? 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 Die... Ach, Io, ja, den Jupiterplanet... äh, Satellit. Ist ein Satellit, okay. Die NASA hat den Start einer fünfköpfigen Androiden Crew zur Erforschung des Jupiterplaneten, äh, Satelliten Io angekündigt. Die Reise wird drei Jahre dauern und man hofft viel über den Ursprung des Sonnensystems zu erfahren. Zwar sind dies nicht die ersten Androiden im Weltall, doch beweist die erste reine Maschinen Crew, dass Androiden mit der gesamten Mission betraut werden können. Oder ich wollte runter. Komm halt der da. Noch nicht viel Zeit hier, auf geht's! Achso, da gab's einfach nichts mehr, okay. So. Und jetzt muss ich das Craffiti finden, ne? Das ist so ein Mann, der sieht so ein bisschen aus wie Superman. Achso, da ist er ja ganz groß. Okay. Okay. Das nächste Graffiti. Das ist alles hier an Ferndale? Ferndale? Neben einem Löwen. Ist hier ein Löwe irgendwo? Also da ist es überhaupt nicht hier, müssen wir jetzt weiter weglaufen. Ja, ich denke mal nicht, dass es hier ist. Wir gehen mal weiter. Human only. I'm human now. So. No, dass ich das nicht wüsste. Ich hab gehört auf die Nachbar. Ja, da sind bestimmt noch andere Cravities. So. Hier ist er. Oh tut mir leid, verzeihung. Junge, pass mal auf wo du hinläufst da da. Hey Buddy. Wir brauchen uns nicht, wir haben auf jeden Fall das nächste Gravity. Die kleine Schnitzeljagd hier. Was ist da noch so ein Symbol? Ah. Okay. Ja, kleine Joggingeinheit. So, wo könnte das sein? Das ist dann so ein Backsteinhaus. Das ist sicher da drüben. Hm. Da ist es doch. Erstmal über Rot gehen. Kein Problem, so sind Menschen. Nummer 1 und... Da ist Nummer 2. Das ist doch kein Mensch gefragt hat. Das ist eine Roboterwand. Da liegt ein Penner. Hey, Alter. Wie geht das? Lange nicht gesehen, ja. Guck mich mal kurz um. Also das ist hinter dem Gitterzaun. Darum gibt es hier glaube ich ein paar. Was für eine Wand, so eine weiße Wand. So eine Lagerhalle mäßig. Mäßig mäßig. Hier. Hm. Wir gehen hier auf der Seite erstmal weiter. Na, wir gehen hier, Bruder. Bruder, hab auch nichts. Hallo, hübsche Dame. Ah, hier macht's. So. Nummer 1. Ah, hier macht's. Nummer 2. Und... Nummer 3. Da ist einer. Ah, hier ist es durch. Okay. Ganz unauffällig. Ah, hier ist es durch. Okay. Achso, ne. Hier. So. Jetzt können wir das nämlich auch nochmal scannen. Äh. Das haben wir schon. Ah, hier. Das müssen wir weg machen. So, dalle. Das größte von allen natürlich. Den wir jetzt aktualisiert. So, und jetzt müssen wir... Ja, Junge, das erzählst du jedem hier. Muss ja auch nicht viel sein. Oh, warte mal. Der Schrottplatz. Da ist ein Parkplatz. Der Schrottplatz. Nee, der Schrottplatz. Weekdays Rate. First 20 Minute. Ah, das ist doch ein Parkplatz, ne. Der wird aber schon länger nicht mehr genutzt. Ich kaufen. Bin dabei. Der wechselt immer L2, R2, ne. Aber wir müssen bestimmt irgendwo hochklettern jetzt. Ach, da ist ein ganz großes. Okay. Ja, ich hab's ihm schon gedacht. Aufs Auto drauf. Ausnahme vielleicht. Er schockt schon süß, ne. Er schockt so dieses mäßig. Ja, ich lauf mal mit. Da können wir doch hoch. Okay. Hier können wir nicht ausdacht. Dann müssen wir doch irgendwo da durch. Wohin geht er denn jetzt? An der Mülltüte. Ah, da hinten. Ey, das zieht aber nicht. Ich dachte, er will auf den Baum klettern und dann da über diese, über das Efeu oder was das war drüber. Das wäre ein bisschen schwierig. Boah, Junge, Parkour. Alter. Markus, du bist ne Maschine. Hier. Ach, Mann. Freunde. Das wird ja hier ne Endlos-Story. Oh oh. Oh oh. Wähle eine Route. Wir bräuchten Stick aus. An der Wand lang oder springen? Oh, das sieht sehr instabil aus, ne. Ach so. Ja. Ah, da. Okay. Äh. Das muss ich jetzt. Okay, Freunde. Stellt euch darauf ein, dass wir abstürzen. Okay? Ach so. Ich dachte, ich muss ein Quicktime-Event machen. Aber gut. Jericho, nere de. Ähm. Was war das nochmal? So ne. Ähm. Hier vorne. Was? Zu weit weg, okay. Ich muss erstmal ein bisschen umschauen. Aber hier gibt's glaub ich echt grad gar nichts. Der kleine Hobby-Jogger. Doch da geht's. Oh. Toter Android. Sieht ein bisschen aus wie die vom Schrottplatz. Hey. Tut mir jetzt sehr leid. So. Einmal hier unten. Repair Tor. Ach nee. So muss ich scannen. Ja. Dann hier. Und. Hä? Wo ist das letzte? Ich muss eh da oben rein. Braucht man doch gar nichts scannen. So dumm. Hä? Ah. Und wir müssen. Klar. In die Lage. Also. Oh. Jetzt gibt's jetzt wieder Action. Also. Wie ging das jetzt nochmal? Okay. Das wäre nicht so gut. Ich möchte nicht. Ja. Okay. Ich kann nirgendwo anders hin. Ah. Hier kann ich noch lange? Das wäre schon mal gut. So. Dann könnte ich einmal da rüber. Oder über die Wand. Ich glaub das Ding reicht eigentlich aus. Oder? Gut. Dann ab über die Wand. Okay. Ja. Den Sprung kriegen wir jetzt auch noch hin. Na gut. Du bist ja ein Kack-Android. Ja. Und dann da oben. Die Sieger-Pose. Der nächste Winner. Der nächste Winner. Von Ninja Warrior. Witzig wäre wenn es wenigstens noch mit Quicktime wäre ne? Dann würde ich mich die ganze Zeit aus Norwegen. Wäre wahrscheinlich auch für euch witziger. Aber gut. Wir sind oben. Wir sind der König der Welt. Und weiter geht's. Auch hier ist jemand gestorben. Großteil der Welt. Sieht jetzt öffnen. vier mit Elbe. Sieht euch nicht so gut. Lieben. über die Wand. Die, diese sind unten. Warte, wie sah das jetzt aus? Ah, das war jemand hier. Oder? Oder wo? Okay, da müssen wir wieder durch, ja. Aber... Gab es hier hinten noch was? Sieht aber nicht so sicher aus. Oh, hier nicht unbedingt, okay. Gut, gut. Gehen wir da hinten rein. Oh, weg mit dem Kack. Easy. Alles hier schon? Sind wir schon da oder was? Jericho. Jericho. Wir sind da. Oh, das ist ein Frachter. Oder? Ist das ein Schiff? Ja? Wie geil. Einfach ein Schiff. Ist hier auch der Hafen? Ja, ne? Sieht zumindest da unten aus wie ein Hafen, aber man sieht das Wasser nicht. Doch, doch, das ist ein Hafen. Ich wusste gar nicht, dass wir so nah am Hafen sind. Ich hätte vielleicht nicht einfach so drauflaufen sollen, ne? Oh, wie kann ich sonst hier runter? Achso. Achso, dann nach oben. Hey! Der ist halt eine Maschine, ne? Macht dem halt gar nichts aus, sowas. So, dann nach oben. Der Frachter sieht aber nicht mehr so gut in Schuss aus. Aber wahrscheinlich so ein Zufluchtsort dann, weil der... Den benutzen keine Menschen mehr. Das heißt, da sind die Androiden für sich alleine. Kann ich mir vorstellen. Im Hintergrund die Brücke. Sehr beschauliches Bild. Bisschen aus wie die Golden Gate Bridge, ne? Markus, mach mal langsam. Mach mal langsam. Was hast du denn vor, Junge? Er kann sich nicht erwarten. So, und jetzt? Das war quasi die Taufe. Die Wiedergeburt... ...des Markus. Okay. Das Problem ist, die Jungs erkennen uns ja jetzt gar nicht direkt, ne? Aber wird wahrscheinlich auch nicht der Erste sein, der so ankommt. So. Es hat... Es hat so ein bisschen Dings-Vibes, ne? Äh, wie hieß das Spiel, was wir gespielt haben? Nicht Until Dawn, sondern das andere. Von den gleichen Machern. So. Wie ihr habt keine integrierte Taschenlampe, Markus. Gibt's da was? Ne. Gibt's da was? Ne. Naja, gut, Freunde. Ich glaube, wir sind in Jericho angekommen. And... Weiß nicht, warum ich jetzt wieder Englisch spreche. Und wir gucken uns das einfach nächste... ...nächste Folge weiter an, oder? Ja, da kann ich noch eine Folge aufnehmen. Das ist super. Das ist eine gute Idee. Haut rein! Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Also, wir sehen uns dann einfach immer wieder anschauen. Okay.